Ja, moin sind meine wunderbaren Meisters und Meisterinnen und was geht, Krypto-Gang? Dit heutige Video, Freunde, dat entsteht aus folgendem Grund. Unser Brudi Moneten-Dave, der hat gestern tatsächlich nach langer Zeit mal wieder auf YouTube ein Lebenszeichen von sich gegeben, in Form eines Videos, man glaubt es kaum, aber ist die Wahrheit, ich lüge euch nicht an, ihr seht es selbst. Einige von euch haben es sicherlich schon gesehen, wenn nicht, dann gerne mal nachholen, ist ein geiles Video, Freunde, Daumen nach oben auf jeden Fall, zu Boddiskai-Mod. Und tatsächlich muss ich sagen, fand ich die Video-Video richtig geil, weil es halt auch definitiv für geilen Gesprächsstoff sorgt. Dave hat nämlich mit ein paar Kollegen und Experten aus der Krypto-Szene, sag ich jetzt einfach mal, so ein paar Kryptos, die wir alle kennen, vom Preis her so ein Bösel beleuchtet. Jeder hat so seine Prognose bis 2025 abgegeben und daraus ist dann so ein Durchschnitt an Preise entstanden für die jeweiligen Coins oder Token, die jetzt in diesem Video fallen werden. Und ich schließe mich dem Poker heute mal an, Freunde. Also ihr natürlich auch, weil ihr sollt dann natürlich auch mal ganz klar eure Vorstellung in die Kommentare jagen. Welcher Coin von denen jetzt gleich in diesem Video genannten wird bis 2025 welchen Preis erreichen? Meine Prognosen bekommt ihr wie gesagt jetzt in diesem Video auch und wir gleichen das mal mit den Prognosen vom guten Davey-Brudi ab. Wie gewohnt, Freunde, starten wir nach dem Intro. Cheers! Okay, let's go! So, dann wollen wir mal. Wie gesagt, Dave hat gestern dieses Video hier gemacht, bekannte Kryptos, die uns allen was sagen, einmal geschnappt und Prognosen für das Jahr 2025 rausgauen. Und wir geben heute unsere Prognosen dazu ab, liebe Gang. Also fast schon so eine Art Reaction, jetzt Reaction-Youtuber geworden. Gucken wir mal, was der Moneten-Brudi zum ersten Coin sagt. Wird auf jeden Fall, meiner Meinung nach, sich deutlich auszahlen. Deswegen auf jeden Fall Bitcoin, unsere Prognose fürs Jahr 2025 um die 300.000 Dollar. Okay, Daves Prognose bis 2025 sind 300.000 Dollar für Bitcoin. Und an sich kann man da jetzt schon mal nicht pauschal irgendwie anfangen zu sagen von wegen, ja ist doch voll unrealistisch und so. Ist es eben absolut nicht. Ihr wisst ja sowieso, was ich persönlich von Bitcoin halte, Großbild Activated. Vor allem in letzter Zeit bin ich aus guten Gründen immer mehr in die BTC-Maxi-Schiene schon sozusagen fast abgerutscht. Und auch viel geswappt und nachgeschossen in den BTC von anderen Beständen seit Ausbruch, ja man muss es ja so sagen, des Kriegs Russland-Ukraine. Und natürlich der daraus folgenden, jetzt daraus folgenden Weltwirtschaftskrise, in der wir uns jetzt gerade befinden, Inflation und so, hier wisst du, wovon ich rede. Halte Bitcoin absolut mit gewissem Abstand vor allem anderen als die wichtigste Kryptowährung. Und auch definitiv als Wegweiser für unsere Zukunft. Denn Bitcoin wird immer die Eins bleiben. Punkt. Und vor allem bei Bitcoin dürfen wir jetzt eine Sache nicht vergessen. Auf dem Weg zu 2025 passiert vorher etwas ganz, ganz Wichtiges und Gigantisches. Am 12. März 2024 soll voraussichtshalber nämlich das nächste Bitcoin-Halving stattfinden. Und dit wird ein Lachs, Freunde. Also jetzt nicht nur für Bitcoin, sondern für den Gesamtmarkt, ne? So rein für die Miner ist irgendwie kacke. Also ich weiß, die bekommen dann halt irgendwie nur noch ihre 3,125 Bitcoins pro geschifften Block als Belohnung. Anstatt wie jetzt die 6,25. Aber an sich ist das für die Kurse schon ein dicker Schritt. Wir dürfen da jetzt echt mal ganz realistisch eine Kurzexplosion erwarten. Ja, oder nicht? Und wenn wir das berücksichtigen, sind 300.000 für Bitcoin absolut nicht unrealistisch. Aber ich muss ja jetzt irgendwie ein Gebot sozusagen abgeben. Und ich bleibe da trotzdem etwas konservativer. Meine Prognose stand heute für 2025 Bitcoin 170.000 bis 200.000 US-Dollar. Und eure Prognose jetzt in die Kommentare. Machen wir weiter mit Coin Nummer 2. Hier geht es jetzt nämlich, müssen wir mal eben gucken, wo das war. Ich glaube, bei 4 Minuten 1 war das. Hier geht es jetzt nämlich direkt ins zweitgrößte Asset, Freunde, Ethereum. Gucken wir, was Dave dazu sagt. Wir haben auch um die 20 Leute bei Ethereum gefragt, sind dort auf den Durchschnittspreis gekommen von 40.000 Dollar. Ist meiner Meinung nach realistisch. Ist natürlich die Frage, was da in Zukunft noch passiert. Da hängen natürlich auch noch andere Faktoren mit ab, wie was passiert. 40.000 für Ethereum ist Daves Prognose. Okay. Meine Prognose für Ethereum 2025, Roswell activated. Digga. Also viel hängt ja schon mal davon ab, ob wir bis dahin wirklich schon bei ETH 2.0 angekommen sind. Und ich finde, das ist gar nicht so eine Selbstverständlichkeit davon auszugehen, dass das klappen wird. Wir haben es die letzten Jahre, kann man ja fast schon sagen, gesehen. Immer wieder irgendwelche Hürden, die dann doch technisch irgendwie nicht überwunden werden konnten. Verzögerung hier, Schwierigkeiten da. Aber das ist eben ein anderer technischer Lachs, ein Universum wie Ethereum mal eben auf einen anderen Konsens zu versetzen. Digga, ich frage mich, was die Leute sich da immer vorstellen. Die drücken da mal eben einen Knopf und gib ihm. Lübt alles ganz normal weiter und los geht's. Denn es ist halt schon ein Mammutvorhaben, was die Jungs da machen. Und ich persönlich glaube auch, das wird klappen. Nur die Frage, die wir uns alle natürlich stellen und die keiner, nicht mal Vitalik Buterin selbst, beantworten kann, ist, wann? Ich persönlich, wenn man mich jetzt nach meiner subjektiven Meinung und Einschätzung fragt, ich bin eben nicht davon überzeugt, dass wir da schon 2025 angekommen sind. Natürlich gilt das Prinzip abwarten. Aber ich sag mal so, für mich persönlich sind 40.000 ein bisschen zu hoch gesteckt. Sowohl in dem einen als auch in dem anderen Fall. Mal abgesehen jetzt davon, ob der Switch bis 2025 geklappt hat oder eben nicht. Meine Prognose für Ethereum bis 2025, roundabout was bei 15.000 Dollar. Mein Gebot. Jetzt eure Predictions für Ethereum in euren Kommentaren. Coin Nummer 3. Wir gucken, was der liebe Dave dazu zu sagen hat. 448, da war's glaube ich. Wir machen weiter mit meinem, ja, one and only Steckenpferd. Ähm, muss mir die Haare noch ein bisschen länger wachsen lassen, damit das Ganze dann auch Sinn macht. Aber Ripple, auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Da sind viele natürlich auch aktuell so ein bisschen abgefuckt. Und ja, wir titeln ihn als Stablecoin. Kann ich natürlich verstehen. Und ich sag's auch hier nochmal, wenn ihr Ripple nicht feiert, wenn ihr keine, ähm, ja, Nerven aus Stahl habt, beziehungsweise keinen langen Geduldsfaden, dann geht raus. Ich würde es euch nicht empfehlen, so. Ist aber auch keine Anlageberatung. Deswegen muss jeder selber wissen. Aber zieht euch einfach mal den ISO-Vertrag rein. Und liest euch das mal durch. Also das ist wirklich schon mehr oder weniger, oder ist in trockenen Tüchern. Da sind hochkarätige Finanzmongole mit am Start, die das dann natürlich auch mitentscheiden. Denn dort werden Kooperationen im Hintergrund geschlossen und das komplette Finanzsystem wird halt einfach umgestellt, um es mal einfach auszudrücken. Deswegen, zieht's euch rein. Meiner Meinung nach ein Supercoin, um den in den Sparplan mit reinzunehmen, monatlich mit einem kleinen, ja, was weiß ich, mit einem Fufi oder so. Je nach finanziellen Mitteln, ne. Ich meine, für einen sind 50 Euro nichts, für den anderen ist es viel Geld. Meiner Meinung nach die nächsten zwei Jahre einfach auch Ripple wirklich auf dem Schirm zu haben. Und solange er noch so günstig ist, den einfach aufzustocken. Also wir haben, was Ripple angeht, jetzt von der Prognose her, ich will nochmal dazu sagen, also ich hab da jetzt nicht irgendwelche Prognosen reingenommen von Leuten, die den nächstes Jahr bei 10.000 Dollar sehen, sodass es einfach schwach sind, glaubt's mir. Sondern wirklich von Leuten, die das fundiert auch nochmal sich angeschaut haben und das ein bisschen abgewegt haben und halt einfach, ja, so wie ich halt ein bisschen konservativer das Ganze sehen. Und da sind wir jetzt insgesamt auf einen Durchschnittspreis von 20 Dollar gekommen. Werden viele jetzt natürlich auch sagen, ach, ist viel zu hoch. In meinen Augen ist das absolut nicht zu hoch. Wie gesagt, lest euch mal den ISO-Vertrag durch, dann seht ihr das mit Sicherheit auch ein bisschen anders. Okay, XRP ist so ein... Ah, Digga, XRP. XRP ist so ein Thema, was die Communities hier auf YouTube ja gegebenermaßen spaltet. Ihr wisst es, ich bin ein furchtbarer XRP-Maxi bei mir im Portfolio auf Platz 3. Aber die meisten sehen zugegebenermaßen auch die Sache extrem unrealistisch. Bin ich absolut Daves Meinung. Also wer den Leuten irgendwie, die daran glauben, eingetrichtert hat, dass XRP 10.000 oder sogar noch mehr Dollar erreichen wird, der gehört kopfüber in die Mülltonne gesteckt. Mehr kannst du dazu im Prinzip auch nicht sagen. Völlig wahnwitzig, was da manche von sich geben. Swift ist eines der mächtigsten Apparate, die es auf dieser Welt heutzutage gibt. Mit mächtigen Menschen oben an den Strippen und an den Fäden, die keinerlei Interesse daran haben, dass Ripple einfach mal kommt und Swift die Machtstellung oder das Machtmonopol wegnimmt. Einfach mal so. So einfach, wie sich das die meisten vorstellen, ist das halt einfach eben nicht. Auch wenn wir uns das alle wünschen, aber mal auf dem Boden bleiben, realistisch bleiben und sich mal fragen, Digga, wie einfach läuft denn sowas vonstatten? Mal eben ein Machtmonopol wie Swift, okay, einfach mal eben aus den Angel zu heben und zu ersetzen. Den Platz einzunehmen, mal eben so. Da kommt kein Brett Garling aus um die Ecke und sagt, yo, also wir sind jetzt mit der Klage durch. Wir sind jetzt auch eigentlich technisch soweit bereit. Swift, mach mal jetzt bitte Platz, wir übernehmen dann jetzt das Ruder. Danke. Wer glaubt, dass das so abläuft, der kifft wirklich ganz, ganz schlechtes Kraut, Bro. Ich sollte dir mal meinen Kafferlash-Dealer empfehlen. Ohne Spaß jetzt mal, dass Ripple über XRP und der ISO 20022-Norm die technischen Voraussetzungen dafür hat, um Swift rein theoretisch ablösen zu können. Ich hoffe, das ist uns allen bewusst. Aber selbst wenn das jetzt wirklich angenommenermaßen der Fall sein sollte, dass Swift Ripple eines Tages, äh, beziehungsweise andersrum, dass Ripple Swift eines Tages ablöst. Dann aber, Herrgott, nicht über die nächsten drei Jahre, Freunde. Das ist ein fucking jahrzehntelanger Prozess und die Regierungen dieser Welt müssen auch im geringsten irgendwie ein eigenes Interesse daran vertreten. Was sie offensichtlich bislang so gut wie null tun. Und wer das anders sieht oder das verleugnet, tut mir leid. Der spinnt halt einfach nur rum. That's it. Ich rechne jetzt gerade bei der Frage etwas konservativer als Dave bis 2025, weil ich, wie gesagt, überzeugt davon bin, dass XRP, beziehungsweise Ripple innerhalb von drei Jahren nicht die Welt einnehmen wird und auch nicht kann. Das kann niemand. Deswegen, ich sehe Ripple, also XRP 2025 bei 7 bis 10 Dollar Maximum. Eher sogar noch tatsächlich darunter. Ich meine, gerne, let the hate begin, ich halte das aus, ich trage das auf meinen Schultern, aber also 7 bis 10 Dollar ist aus meiner Sicht sogar tatsächlich schon optimistisch gedacht. Jetzt eure XRP-Prognose natürlich in die Kommentare. Freunde, wie ihr den Titel des Videos gesehen habt, ist das hier der erste Teil dieses Prognose-Video-Gedöns. Wir machen daraus zwei Teile und den zweiten Teil, den seht ihr morgen. Dave hat natürlich nämlich noch weitere Coins in seinem Video prognostiziert. Die schauen wir uns dann natürlich morgen an und da gebe ich euch meine Prognosen zu den weiteren fetten Altcoins, Digga. Jetzt natürlich erstmal eure Predictions für Bitcoin, Ethereum und XRP-Ripple bis 2025 unten in die Kommentare. Bis morgen werte ich auf jeden Fall auch noch einige Kommentare von euch aus. Gucken wir mal, was wir so dabei haben, dann packe ich das morgen noch mit ins Video rein. Und denkt dran, Freunde, muss ich jetzt mal eben groß beaktiviertet wegmachen. Alle Coins, die wir hier im Video genannt haben und sonst auch immer nennen und morgen nennen werden, die können wir natürlich immer zum besten Preis bei unserem Partner Atani kaufen, denn Atani ist die beste Handelsplattform. Funktioniert ja so preisvergleichs ähnlich, ne? Da habt ihr dann auch noch ein Steuertool kostenlos drin, womit ihr sogar noch zwei Jahre rückwirkend eure Krypto-Steuererklärung machen könnt und mein Finanzamt abgeben könnt. Kriegt da sogar noch Geld zurück, hören wir auf, Freunde und Tradingview und all so einen Spaß habt ihr hier auch kostenlos drin. Denn Atani ist wild, Atani ist kostenlos und Link zu Atani habt ihr natürlich kostenlos. Ganz oben in der Videobeschreibung und wahrscheinlich bin ich auch noch als Kommentar an. Damit bin ich jetzt natürlich erstmal gespannt auf eure Kommentare, Freunde. Ich würde sagen, feuerfrei. Und alle, die, die neu da sind, die dürfen gerne einmal unten abonnieren und teilwerden auf dem Weg zu 30.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ich küsse doch euer Herz. Dafür werden wir im Zuge dessen natürlich übrigens selbstverständlich ein Special machen, in Form von einem Livestream, wie wir das an Weihnachten auch gemacht haben. Wo wir wieder, was weiß ich, 1000 XRP oder so raushauen, in die Menge kloppen als Gewinnspiel, als Dankeschön an euch. Aber dazu natürlich wann anders mehr. Freunde, bis morgen, ich bin raus. Kommentare unten rein, packe ich morgen mit ins Video und so morgen geht's weiter. Die Sache ist wie ein Spiegel, ich bin weg. Tschüss. Die Sache ist wie ein Spiegel.